Die Geschichte vom Meisterdieb befindet man in fast allen Märchensammlungen. Fast allen Märchensammlungen wird von einem Meisterdieb erzählt. Das ist eine faszinierende Figur natürlich, bis hin zum Robin Hood, der ja ein guter Dieb ist, der die Reichen bestiehlt, um den Armen zu geben. Der Dieb, das ist etwas, was uns fasziniert. Die erste Fassung dieser Geschichte ist vielleicht auch eines der ältesten Märchen überhaupt im Abendland, vielleicht sogar das Älteste, wurde niedergeschrieben von Herodot, der gelebt hat, 484 bis 424 vor Christus. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man den Homer nicht unbedingt in die Märchenliteratur einreiht, obwohl das ungerecht ist, man müsste natürlich die Odyssee in die Märchenliteratur einreihen. Man müsste sagen, in der Odyssee, innerhalb der Odyssee, war die erste geschlossene Märchensammlung. Der Homer, dieser raffinierteste aller Erzähler, hat ja die Abenteuer des Odysseus durch ihn selbst erzählen lassen. Und diese Geschichten vom Polyphem, dem einäugigen Riesen oder von den Sirenen, diese menschenfressenden Wesen, das waren ja eigentlich alles Märchen. Und bei den Phaeken erzählt der Odysseus diese Geschichte und ganz raffiniert, wir bekommen eine erste abendländische Märchensammlung. Aber nach dem Homer, lassen wir ihn mal beiseite, eben Herodot. Und er erzählt diese Geschichte von dem Meisterdieb als erster Pausanias. Gute 500 Jahre später hat diese Geschichte noch einmal erzählt, leicht abgewandelt. Ich erzähle Ihnen die Fassung vom Herodot und ich mache sie darauf gefasst. Es ist eine niederträchtige Geschichte. Durch und durch niederträchtig deswegen, weil es eigentlich keine einzige positive Figur in dieser Geschichte gibt. Die gesellschaftlichen Bedingungen sind grauenhaft und eigentlich zerrüttet heruntergekommen. Nun, es war einmal ein König, so fängt diese Geschichte an. Es war ein König, der sehr, sehr reich war und der sich auf Silber kapriziert hat. Er wollte alles Silber der Welt besitzen. Silber, das gefiel ihm besser als Gold. Und er hat es zusammengerafft, wo immer es möglich war. Er hat dafür geraubt, er hat dafür gemordet, er hat andere überfallen, hat Städte ausgelöscht, um Silber zu bekommen. Und er hat an sein Schloss so etwas wie einen Silberspeicher anbauen lassen. Fensterlos, düster, mit dicken Mauern und zugänglich nur über sein eigenes Schlafzimmer. In eine geheime Tür, die nur er kannte. Er wollte das Silber niemandem zeigen, nur selber wollte er es sehen. Das war ihm wichtig. Und er hat den Auftrag an einen Baumeister gegeben. Er soll ihm so einen Silberspeicher, ich denke dabei an den Geldspeicher von Dagobert Duck, und tatsächlich ist dieser König, glaube ich, mit unserem Dagobert ein wenig verwandt. Er gab den Auftrag an einen Baumeister, diesen Speicher zu bauen. Ich habe schon gesagt, ein niederträchtiges Märchen. Natürlich ist dieser Baumeister ein gieriger Hund, der sich von vornherein ausdenkt. Wenn ich mir überlege, wie ich diesen Speicher baue, dann kann ich mir auch überlegen, wie ich ihn ausrauben kann. Und er hat von vornherein in sein Gebäude, auf der Seite, auf der Seite, die hin zum Wald war, diese Seite, dort hat er zwei Steine eingebaut, die mit bestimmten Druck herausgenommen werden konnten, sodass ein Mensch sich durchzwängen konnte, wenn er nicht allzu dick war. Und er hat sich gedacht, eines Tages werde ich dort Stück für Stück langsam mir Silber herausholen. Wenn ich vorsichtig bin, dann wird es der König nicht merken. Aber dann hat er sich übernommen, der Baumeister, und er ist krank geworden, krumm und krank. Und er hat sich gedacht, na gut, dann soll das Geraubte wenigstens in der Familie bleiben. Und er hat seinen Söhnen das Geheimnis verraten, auf dem Sterbebett. Er hat gesagt, ihn ganz genau bezeichnet, den Söhnen, wenn ihr dort auf bestimmte Steine drückt, dann lösen sich zwei und dann könnt ihr euch durchzwängen. Seid vorsichtig, nicht alles auf einmal, kleines Stück für kleines Stück, da wird es nicht sofort merken, der König. Ihr könnt es beiseite schaffen, da wird euch nie drauf kommen. Dann ist er gestorben. Aber die Söhne haben den Rat nicht beherzt, sie wollten natürlich alles auf einmal. Wer nimmt wenig, wenn viel da ist? Die beiden waren es nicht. Gleich noch in der Nacht, derselben Nacht, als ihr Vater gestorben ist, noch bevor er begraben war, haben sie sich in den Wald begeben, haben gewartet, bis die Lichter im Palast gelöscht werden, und dann sind sie zu dem Geldspeicher, zu dem Silberspeicher, haben an den bestimmten Stellen gedrückt, haben die Steine herausgelöst und sind hineingekrochen und haben so viel herausgenommen, wie es einfach möglich war in dieser Nacht. Allerdings war dort so viel Silber in diesem Anbau drin, dass sie natürlich nicht alles rausnehmen konnten, aber doch auf jeden Fall so viel, dass der König am nächsten Tag jeden Morgen sozusagen als Morgentoilette hat er sich in seinen Silberspeicher begeben und hat das Silber angeschaut, ob er drin auch geschwommen ist, wie Dagober Duck, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls am nächsten Tag hat er gemerkt, da fehlt einiges. Aber er wusste nicht, wie sollte das passieren. Es gibt ja nur eine Tür, die führt durch mein Schlafzimmer. Da hat er sich gedacht, wie auch immer, ich werde eine Falle stellen, Schlingen werde ich legen. Wenn der nochmal kommt, der Dieb, dann will ich ihn haben. Und er hat sich schon ausgedacht, was er mit dem alles machen wird, ein Sadist. Fast hat er sich schon gewünscht, er kommt nochmal, der Dieb, dass er ihn erwischt, weil er alles Grausame realisieren wollte, dass er sich ausgedacht hat. Und tatsächlich, schon in der Nacht darauf sind die beiden Brüder wieder an die Stelle gegangen, wieder gedrückt, die Steine herausgenommen, wie ihr Vater es ihnen gesagt hat, sind hineingekrochen, zuerst der Erste. Und er wollte dann seinem Bruder durch diese Öffnung Schätze hinausreichen. Und da ist er in die Schlinge gestanden. Die Schlinge hat sich zugezogen und hat sich nicht mehr befreien können. Da sagt er zu seinem Bruder, hör zu, wenn man mich hier findet, dann wird mich der König foltern, dann wird er mich quälen. Und dann werde ich alles verraten. Und man wird dich verhaften. Man wird unsere Mutter verhaften. Und er wird ein Massaker anrichten in unserer Familie. Deshalb, hau mir den Kopf ab, töte mich, schlag mir den Kopf ab, nimm meinen Kopf mit, damit man mich nicht erkennt. Erschreckend. Und der Bruder hat sich das alles im Kopf durchgerechnet und hat sich gesagt, er hat Recht. Ich kann ihn nicht hier leben lassen. Ich kann ihn nicht befreien. Aber ich kann auch nicht zulassen, dass man ihn erkennt. Und er hat seinen Bruder geköpft, hat seinen Kopf mitgenommen. Der König kam am nächsten Tag, findet den Dieb, aber er weiß nicht, wer es war. Der Kopf ist ihm abgehackt worden, denkt er sich. Die waren zu zweit. Den anderen, den möchte ich erwischen. Wer ist dieser andere? Dann hat er sich gedacht, es wird ja in diesem anderen etwas wie Mitleid da sein. Vielleicht hat dieser andere, vielleicht hat der Dieb eine Mutter, vielleicht hat er eine Schwester. Es wird ein mitleidiges Wesen geben. Und er hat befohlen, den Körper des Geköpften auf dem Marktplatz aufzuhängen. Und er hat befohlen, jeder, der eine Träne weint im Angesicht dieses Toten, der soll sofort verhaftet werden. Und da kam die Mutter vorbei und sah ihren Sohn hier hängen. Und sie hat sich mit letzter Mühe die Träne verdrückt, aber sie wusste, ein zweites Mal wird sie nicht vorbeigehen können, aber sie wusste auch, sie wird immer wieder vorbeigehen wollen. Ich brauche meinen Sohn. Und der andere hat gesagt, na gut, dann werde ich ihn dir holen. Er hat sich auf den Weg begeben, hat getan, als ob er ein Weinhändler wäre, hat Wein mitgenommen, hat sich vor die Wachen hingestellt und dann hat er so getan, als ob ein Weinfass aufplatzt. Und er hat gesagt, ihr seid schuld, jemand hat da reingestochen, hat ein Trara gemacht. Ach, die Wachen sind gekommen, regt die doch nicht auf, haben ihre Becher drunter gehalten, haben getrunken und es ging das Trara so weiter und dann haben sie dann alle miteinander gelacht, haben alle miteinander getrunken und der Bruder, der vermeintliche Weinhändler hat gesagt, ich spendiere euch ein ganzes Fass. Und dann haben sie sich zugetrunken und war nicht mehr aufmerksam und hat er den Leichnam gestohlen. Und da hat der König gedacht, das muss ein raffinierter Dieb sein, aber ich weiß einen Trick. Er hat seiner Tochter gesagt, jetzt bitte zu beachten, dieses grausame Raffinement. Seiner Tochter hat gesagt, du gehst ins Bordell, du wirst eine Hure von nun an. Eine berühmte Hure wirst du werden, aber bevor du die Liebe machst, wirst du jeden Mann fragen, er soll dir sagen, die größte Schandtat und die raffinierteste Schandtat, die er in seinem Leben begangen hat. Herodot sagt im Klammer dazu, er kann das nicht ganz glauben, dass sein Vater das tut, aber in dieser Geschichte tut er das. Die Tochter ist in einem Bordell und die Männer kommen, sie ist eine schöne und jeden fragt sie, was ist die raffinierteste Schandtat. Und der Vater hat gesagt, wenn einer sagt, er hat mein Silber geklaut und seinen Bruder vom Galgen geholt, den Kopflosen, dann fass ihn an der Hand und lass ihn nicht mehr los, bis die Wachen kommen. Da denkt sich der Bruder, na das wollen wir doch mal schauen. Und er schneidet seinem toten Bruder den Unterarm ab und versteckt ihn in seiner Tasche und geht ins Bordell. Und ganz freizügig erzählt er, er sei derjenige gewesen, der den Silberschatz gestohlen hat mit seinem Bruder. Und er sei derjenige gewesen, der den Leichnam seines Bruders vom Galgen geholt hat. Und die Tochter, die greift nach seiner Hand und will ihn festhalten. Er gibt ihr aber die Hand, den Unterarm seines toten Bruders. Er findet da nichts dabei. Und sie steht da mit dieser Hand und da denkt sich der König, mein Gott, ist der raffiniert. Keine Skrupel. Der König sagt, na gut, dann will ich ihn, diesen, zu meinem Minister machen. Das heißt, es ist ein Ausweis für Qualifikation, ein Reich zu führen, wenn man so gewissenlos und so brutal ist wie dieser Meisterdieb. Und er lässt ihn suchen, er lässt ausrufen, er wird belohnt, er soll sogar die Tochter zur Frau bekommen und das halbe Reich, wenn er sich meldet. Die Mutter sagt zu ihrem Sohn, tu das nicht, du weißt doch, wie die Welt ist. Er wird dich einfach belügen. Aber der Meisterdieb sagt, ich habe so ein Gefühl, dass er mich nicht belügen wird. Und er geht zum König und sagt, ich bin das. Deinen halben Schatz habe ich schon gestohlen, die andere Hälfte wünsche ich mir, dass du mir gibst und deine Tochter sollst du mir auch geben. Dann werde ich dein Reich ordentlich führen. Und Herodot sagt, er habe, der König habe sein Wort gehalten und das Land sei glücklich geworden unter diesem Minister. Herodot fügt hinzu, das Ganze sei in Ägypten passiert und der König habe noch gesagt, wie klug wir Ägypter doch sind. Pausanias erzählt die Geschichte ein wenig nüchterner. Er verurteilt diesen Meisterdieb auch. In den folgenden Märchen, wenn von diesem Meisterdieb die Rede war, wird ihm doch ein gutes Herz gegeben. Denn man hat inzwischen die Erfahrung gemacht, man hört einer Geschichte lieber zu, wenn einer dabei ist, bei dem die Zuhörer sich sagen, ich würde eigentlich gern so sein wie er. Aber wer würde gern so herzlos sein wie dieser Meisterdieb? Später sind aus den Meisterdieben Rebellen geworden, Revolutionäre, die das Böse tun für ein höheres Gutes, die das Gesetz brechen, um ein höheres Gesetz wieder einzuführen. Als wichtigste, berühmteste Figur ist hier zu nennen der Robin Hood. Auch die Brüder Grimm haben einen Meisterdieb als Helden in ihre Erzählung aufgenommen. Bei dieser Geschichte habe ich das Gefühl, um sie interpretieren zu können, müssen wir sehr viel über antike Sittengeschichte wissen, kann man nachlesen bei Herodot, das empfehle ich Ihnen. Dort finden Sie vielleicht wirklich so etwas wie Wahrheit.